I did it all on my own, now there ain't no turning back. Ah, hier links wurde sie gebaut. Ah, hier links ist welche. Oh, was hält mein Kabel? Junge, der ist so low. Jawohl, hab er ihn. Junge. Das war die Baby-Show-Man. Da bläht Junge, wie schwer kann es sein, einem Juwelträger Schaden zu machen? Eigentlich müsste ich mal Tobato-Tempel gehen, weil da Kills sind. Oh, warte. Ja, dann lass mich zum Koffer gehen. Da sind wir meistens. Ja, ich weiß. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Direkt deinem zu pushen. Ich will einfach nur in eine Stadt, die möglichst nah daneben ist, aber... Die Frage ist halt, ob wir Tobato-Tempel überhaupt überleben, Alter. Ich pushe auch runter. Okay, Bro, ich muss mich kurz in die Tanke bauen. Ich hab ne Schrotze. Komm her. Ich könnte auch Material... Ja, okay. Nice hier, ne? Oh, ist der Step? Oh, nee, jetzt bist du. Ja. Wir schießen da rum, die Kegs, weil ich push. Das geht hoch. Da bläht Junge. Ich hab' den Rambock. Ich komm mit den anderen. Kriegst den? Nice, easy. Ja, einer hat mich. Nice, Rambock ist gedowned. Du hast ihn gefinisht? Nice. Minis? Ja, leider. Achso, ja, warte, das ist nur noch einer. Ich hab' weniger nehmen. Ich gönne mal. Ja, gönne, gönne. Geil. Weil der hat mich echt gut jetzt gesehen. Hier ist ne Chest. Aber gut, dann. Ich glaub, die ist hier. Snack ich mir die. Oh, Jiggy Jaga. Äh, drüben ist Dings. Ist am Feldschirm im Haus. Oh, yes, Tommy. Tommy, gönn dir. Aber nicht mal ne richtige Eier oder so'n Scheiß. Oh, rechts ist Snipe-Shots. Abiliert hab' einen. Oh. So geklappt, Digga. Ja, sorry, Bro. Puh. Ey, Digga, dann lass mir Loot, dann lass mir Loot, Digga. Ich hab' ne, ähm, P90 für dich, wenn du haben willst. Schaff, schaff, schaff. Okay, passt. Das ist schade. Leben muss los, wie er mich trollen will, Alter. Ne, lol, hä? Wieso wird das vor mir angezeigt, aber das sieht man gar nicht, lol. Achso, ich brauchte mal Schild. Hast du Schild noch? Ich hab' gar nichts mehr, lol. Ja, ja. Komm mal runter. Komm mal runter. Hier unten bin ich. Äh. Ja, das Lama vor uns wurde, äh, genommen. Ich brauch... Du musst, wie gesagt, nur 69 Schaden machen, ne? Also... Keine Ahnung, so... Drei... Ja, ja, ja. Also direkt vor uns wurde sich das Lama gesnackt, ne? Die hängen da. Ist ja einfach pushen. Ah, ja, ja, ich seh's. Einfach... Hab' ein bisschen Schaden gemacht. Einfach... Einfach jeder Schaden ist wichtig, ne? Oh. Oh, lol, die Sniper. Nice. Ich hab' den. Gönn dir den Anderen. Der Andere ist jetzt noch da. Absolut lost, der Typ. Das ist der der Typ. Alter, wie viel Schild will der haben? Bam, Junge. Haha. Alter. Diese fucking Gun regelt einfach alles. Diese Pump, Junge. Let's go. So. Den ganzen Schaden hab' ich gemacht. Nice. Nice. Nice Waffen hab' ich auch. Also ich hab' ne Scali und so. Hab' das Lami mir genommen. Die Zone kommt. Wir müssten eigentlich mal durchziehen. Könnt' schon auch mal kurz das Lami wegen Leben haben. Ja, ja. Ähm, hast du schon das fünfmal getragen. Aber ich hab' auch nicht so viel Leben, ne? Also ich kann dir das geben, wenn ich 150 hab. Ja, ja. Nee, nee. Mach, mach du viel, mach du viel. Ist... Ah, ja. Perfekt. Gönn dir. Gleich schraub' ich da nochmal das Lama für Schild. Weil du wirst da jetzt noch ein bisschen angezeigt, glaub' ich. Ja, Grappler, Junge. Der ist eigentlich ganz nice. Junge, damit kann man sogar... Ach, da vorne ist ein Bus. Lass' direkt zum Bus gehen, oder? Und lass' ihn uns holen. Jawohl. Du wirst voll Schild. Ich kann nicht laufen? Ja, ich kann nicht laufen. Ach so. Dann I'll take it. Ich hab Bouncer, warte. Ich bounce mich einfach mal vor in die Zone. Ah, hier links wurde gebaut. Ah, hier links sind welche. Oh Gott. Hä, mein Kabel. Einer gedowned. Hit. Nice. Hab sie. Oh, der hat sich hier unten reingekrochen, Digga. Diese kleine Goho. Und hier ist ein Slower. Dieser kleine Goho. Sniper-Shot. Ich weiß. Von wo? Ich hab Heavy. Also easy. Schieß mal den Baum hier kaputt. Vor uns. Sechs Kills, Junge. Ah, da. Da, direkt vor uns. Darauf lass ich mich wieder sicher. Einer hab ich, einen hab ich. Einer hab ich mit Headshot. 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 Nice. Nice, Junge. Nice. Ähm. Ja, gut. Das war absolut kacke geplayt von mir. Jawoll. Hab er hin. Junge. Digga, was ist mit mir los gerade? Bro. Bro. Oh. Down, Junge. Acht Kills. Boom, Junge. Oh mein Gott. Was geht mit mir? Nice, Digga. Nice. Wirst du mal ballert? Oder schießt du nur so? Oder what's up? Ich hab die Wand aufgeschossen. Aber ich glaub, das Game ist zu Ende, oder? Nee. Hier noch ein Wagen. Komm, lass uns den Wagen einfach holen, Junge. Ach schon. Zehn Kills im Duo, Junge. Alter geht die... Alter, die Runde war so nice. Yey. Nein! Ich wollte grad den Boden blazen, Digga. Yes, Digga. Wim. Ich kann nichts. Spit in. Oh, lol. Ich hab mich nicht mal aufgezogen. Wuh. Geil. Nice, Mann. Mit 10 Kills. Raub zu Bandit. Yes. Alter, so ein geiles Match. Easy, Digga. Oh mein Gott. Alter, dieser Modus ist ja so geil. Warte, ich reiß ihm die Bude ein, Junge. Uts. Was? Bam, Alter. So zu Tode gesprayt. Shit, Alter. Zweimal war. Madpack für jemanden, wer dein Leben verliert. Ja, ich hab auch Madpack. Ich kann stacken oder du stackst. Stack die lieber. Nein, nein, nein. Ich, äh, du stackst. Nein, nein, nein. Du stackst. Hallo, stopp. Nein, nein. Ja, okay, Digga. Komm her. I'm with the gang, 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 and we about to go up for some lanes. Ja, und Bruder, Shifty, oder? Ja, Tomato, Jungs. Wir müssten ja noch Tomato Kids machen. Komm, gib noch Tomato. Ja, nee, nee, nee. Las, Shifty, Las, Shifty. Doch, Tomato, Tomato. Es geht sowieso keine Tomato. Las, Shifty. Ja, Las, Shifty, Digga. Las, Shifty. Okay, Jungs. No problem. Rein in die Olga. Probier mitzukommen, oder? Nee, die kommen Häusern. Einer geht aufs linke Haus. Bei den Häusern sind einfach am Allermeis. Ich geh hier rüber. Ich geh nach unten raus, weil ich da ne Wache tritt. Hab ne Tommi. Muss groß. Kappa. Muss groß. Warte, ich reiß ihm die Bude ein, Junge. Putz. Let's get him right. Bam, Alter. So zu Tode gesprayt. Digga. Ich hab diese neue Waffe. Ich bin damit überfordert. Ich will gegen andere Waffe. Welche neue Waffe? Wenn ihr den wisst, keine Waffe. Ja. Ja, würde ich nehmen, wenn du nicht willst. So. Da ist eine Kill schonmal da. Oh, der wollte mit mir ein Freund sein. Der hat nen Herbst gezeigt. Warum hast du gekillt? Ich hab's zu spät gecheckt erst. Ich geh mir hin und die Chests holen, wenn's keinem was ausmacht. Junge, ich hab zwei blaue Waffen, Alter. Mir macht das aus. Oh, shit. Alter, zwei blaue Waffen. Madpack für jemanden, wer da Leben verliert. Ja, ich hab auch Madpack. Ich kann stacken oder du stackst. Stack die lieber. Nein, nein, nein. Du stackst. Du stackst, hallo. Stopp. Ja, okay, Digga. Komm her. Du. Oh, der hat einen. Digga, ich bin ja von der Ton, Alter. Wo sind sie? Der, 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 der ist. Der hat einen verhusten. Ich geh zu mir. Ah, der wäre einer für 50? Ich geh zu mir nach rechts. Ich geh zu mir nach rechts. Ich geh zu mir nach rechts. Ich geh zu mir nach oben. Wo ist dein, äh... Nein, Bro. Oh, der hat vom Berg an Absolutiz kassiert. Alter, ist der schlechte. So war das alle jetzt, übrigens. Jungs, äh, das sind mega schlechte Spieler. What the fuck? Habt ihr zwei gemacht? Einer hat's hier hochgegangen. Einer kennt doch hier noch. Und hier raus. Ich meine, der ist hier hochgegangen. Hä? Mein ich. Hallo, motherfucker. Hahahaha. Come on. Ah, Junge, wie scheiße waren die denn? Leute, was los? Ich bin doch an Fallschauen, weil ich nicht mehr in der Zone war. Hä? Hä, was war los? Wie lächerlich. Leute, nur einmal auf. Das ist echt lächerlich. Das ist so lächerlich, Digga. Oh, wappen. Ich geh jetzt so in die Haus und geh safe weiter. Ähm. Ähm. Ich kann noch nen Biggie mitbringen. Ne, Noah hat ja eben nur einen Fallschauen. Ja, ist egal. Ey, es ist so lächerlich, Digga. Da waren die scheiße, Digga. Die waren so fucking scheiße, Junge. Lass, sag gar nicht. Und Lappen. Lappen hier mal wieder weg. Alles klar. Null. Was ist los? Wie viele, wie viele, wie viele? Zwei, drei, vier, fünf? Einer, einer, einer. Ja, wohin war scheiße. Einer ist doch auf dem Berg. Ah, ja. Der gab's nur zuerst kassiert. Alles klar. Nee, nee. Nee, nee. Wir können nicht schneller kommen. Fuck. Wichser. Ey, ja. Die finischen lassen, Digga. Junge, wo baut denn der? Wo, äh, Le? Der ist gut, Alter. Was für Bühne, ey. Oh, Bademeister. Boah, Schmidt, Alter. Der andere, äh, er hat Axt. Coming! Der hat die Nasenbuchen. Der andere macht absolut bief, Junge. Der schmeißt sich hier alles, oder? Ich war das, ich war das. Scheiße, Mann. Ich hab leider nichts zu entfernen. Oh, nice. Oh, nice. Ein Schuss, der muss sitzen. Hat jemand, der hat jemand chillt für mich? Ich hab, äh... Oh, Moment, wir sind andere richtig low. Sorry. Leute, wer baut da? Ich, ich. Digga, hat einer von der Spickchen Stein? Hat einer von der Spickchen Stein? Ja, warum? Kannst du topen? Bisschen noch? 25? 25, really? Ja, aber schlecht. Weißt du was? Hier. Haha! 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 Junge! Ich will nichts gar haben! Junge! Alter, das ist gerade angekommen. Ich will nichts gar... Die kauf ich mir dann jetzt mal, ne? Ich will nichts gar... Ey, Noah, Junge, fick dich! Gib her! Junge, ich hab dir einen Stein, Junge. Einen Stein hätt ich dir dann auch noch geben können, aber ja gut. Dann nimmt er sich erstmal die Scar von mir weg, Alter. Der kleine Huhn. Wann jetzt... Ja, gut. Äh, Osten, Osten. So, letzter Stein verbaut, da jetzt kriegt keiner mehr ne Scar. Hm, ich weiß nicht, Satter willst du eine Zwillingspistolen haben? Nein, doch. Okay. Wo waren denn jetzt hier welche, lol? Sind hier welche? Ja, ja, direkt close vor mir. Junge, what the fuck? Junge, hä? Hä? Der eine ist so absolut One-Shot gewesen, Alter. Ich schwöre, wieso... Junge, Alter, fick dich Scar, Alter. Gib mir deine Minis, du Bastard. Oh, ich hab so wenig... Wo sind deine Minis hin? Was ist das? Alle tot? Hier sind sie ja weg, hier auch drunter. Hä, wo? Darf ich die haben, bitte? Oh, das sind die da nicht. Na, wir sind... Ich hab die gerade hier gesehen. Und da... Muss groß, Alter. Ah, hier liegen die, bruh. Hä, wo? Fünf schön. Alle garage. Ähm... Kann ich... Kann ich auch noch Minis haben, vielleicht, weil ich gedacht bin, ey! Äh, da-da, Minis, ihre Mann. Es sind noch zwei übrig, dann perfekt für dich nur. War jemand AR oder Pumpgann nun? Ob du brauchst oder ob ich hab... Ob, äh, jemand was hat, hat, sich würde was gekauft. Ja, 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 für was? Was, 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 was für nun? Ah, ja, oder Pumpgann. Ja, ja, komm, ja, ja, habe ich mega viel, Junge. Hier, da, 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 gönnt ihr. Oh, ich hab Double Barrel, mega krank. Ich hab auch Double Barrel, schon. Ah, G-Zone, G-Zone. G-Zone, G-Zone, G-Zone. G-Zone, G-Zone, G-Zone. G-Zone, G-Zone, G-Zone. G-Zone, 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 G-Zone. G-Zone, 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 G-Zone. Oh, yes. Ich hab auch das gegeben. Ja, Schatz vor uns, Schatz vor uns, mit Sniper. Ne, du klüfft aber nur 8. Und Jagdgewehr. Jo, ich hab einen gesehen, der vor dir, Erik, pass auf. Okay, wo genau, welche Koordinaten? Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Erik, pass auf, du müsstest sie jetzt hier sehen können. Jaja, die sind sehr close. Einer ist weiß. kein plan oder hin ist einer ist noch am leben von denen ja jetzt nicht mehr nein eine goldene skar aber ja gut und eine lila aber ja gut keiner guckt hier hin hier liegt alles mit kids das ist eins okay das ist dieser grund warum ich einfach jungs zonen auf schmied alter schmied 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 ich habe kein plan was ich hier baue gerade ich hasse das anti gravity wir müssen hier raus gesundheit jungs habt ihr beef mit denen ich hab dich nicht getroffen lol dieses anti gravity ist so ekelhaft ne hier vor uns hat eine trap platziert hat sich eingebaut wenn sie es nicht